Ich bin Svenja Köster, bin im Einkauf der Haspa als Teamleitung seit Anfang des Jahres, verantworte dort den zentralen Einkauf und habe im letzten Jahr das Projekt Fiale der Zukunft, unseren Umbau der Standorte in der Haspa, im Bau als Projektleitung übernommen. Am wichtigsten waren für uns Zeitrafferaufnahmen, weil wir den Bau visualisiert haben, von der Umzugsphase über, alles wird aus dem Standort geräumt, bis hin zu die ersten Gewerke und Bauunternehmen gehen in den Standort rein, räumen alles raus, es wird neu reingeräumt, neuer Boden rein, neue Wände rein, bis hin nachher zur Eröffnungsfeier, das war nachher die Kür, aber auch Statements einzufangen von gewissen Keyplayern, die wir bei uns in der Firma haben, die zu dem Projekt beigetragen haben. Ja, und das Ganze eben schön visualisiert, mit Musik hinterlegt, ist einfach eine runde Sache. Das Feedback war durchweg positiv, intern habe ich viel den Kommentar gehört, Mensch, dürfen wir den Film zeigen auf Veranstaltungen, auch auf der Homepage, also sollte jetzt eingesetzt werden in Social Media Netzwerken und ja intern die Kollegen, die sowieso in dem Film waren, waren begeistert. Die Zusammenarbeit mit Perspektive Media kann ich durchweg loben, sehr angenehme Zusammenarbeit, konstruktiv, immer wieder neue Ideen und das Quäntchen Spaß fehlt auch auf gar keinen Fall.